Ich bin Franzi Suiron, ich komme hier aus Werlte, gebürtig komme ich aus Witten, aus dem Ruhrgebiet und ich bin hier für die Kundenbetreuung und Vertragsoptimierung. Vor ich zum ESK gekommen bin, war ich bei einem PV-Installateur hier vor Ort tätig, beim Großhandel und da war ich überwiegend für den Marketingbereich tätig. Ja, ich bin direkt durchgestartet, durfte direkt in jeden Aufgabenbereich auch einsehen und mich einarbeiten und durch meinen vorherigen Job hatte ich dann auch schon gewisse Grundkenntnisse und die Kollegen, die waren dann halt immer auch hilfsbereit und bei Fragen haben sie mir immer geholfen. Also am besten gefällt mir an meinem Job am ESK, dass die Aufgaben jeden Tag unterschiedliche sind und dass jeder Kunde individuell bearbeitet wird und auch das Team, dass wir ein sehr familiäres Verhältnis hier haben.